So, heute starten wir mal ganz romantisch in diesem Mittwoch. In Amerika ist heute nämlich der Hug-a-Newsman-Day. Also der Umarme-einen-Nachrichtensprecher-Tag. Und was die Amerikaner können, das können wir schon lang. Antenne vorallem Nachrichtenschef Philipp Vondack ist bei mir. Komm ein bisschen näher. So, eine Runde kuschen. Ist das schön? Ja, fällt mir noch die passende Musik. Und die gibt's jetzt. Ich wünsche einen romantischen Wunsch.